Ome, tschau, geh mir dir umsack! Verzieh dich, Ome, tschau! Verzieh dich! Ich will sie nicht haben! Jo! Äh, wo muss ich? Oh, ich hasse diese... ...Drecksdinger! Nämlich jetzt erwischt, was ist das? Oh, ich hasse das unter Wasser! Da ist man so langsam, ich hasse Wasserlevel! Da ist ein Knucklehead! Hallo Knucklehead, was geht? Der sagt nichts! Autsch, scheiß Arsch! Und... ...Aschweichen! Nein, zu spät! Metal Sonic ist nachseitig! Eigentlich kommen jetzt noch ein paar Ringe! Schwer? Natürlich kommen keine! Er bricht Strassenlampen ab und wirft sie nach dir! Achte auf die Schatten, um aufzuweichen! Wirft sie nach mir! Das von den Strassenlampen zu sein, Ome, tschau! Ein bisschen lebend! Was ist das? Warte auf mich! Wieso sollte ich auf die Schatten warten? Auffass, nie geh auf die Straße! War es richtig, was ich gemacht habe? Äh... Ich hoffe schon! Oh gut, ich konnte es noch gerade so unterbinden! Mit... ...dem A-Knopf! ...A-Knopf! 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 Es war ganz schön gruselig im Dunkeln, aber ich versuchte tapfer zu sein! Aha... ...interessiert mich kein Stück! Alter Spiegel, bist du krank! Mein Gott! Äh, ich nehme nur diesen Weg, was... ...Serie! Ja Marc... Ihnen nirgendwer... Ich weiß es! Let's gucken... Uh, jetzt trag ich mich an! Was? What the... Krank?! das war so krank... ...hat ich soases mächtig! Was? Entweder... ...krank geworden... ...oder... ...oder, keine Ahnung... ...Verm... ...vermissed? Oh man, ich wollte es zeigen! Ohhhh! Bin ich jetzt dumm oder mein Skill ist gerade etwas weg? Oder was? Bin ich nicht scharfe? Dann bin ich einfach nur dumm! Oh boah! Wie stelle ich mich beim modernsten Level besser? What the? Nein! Nein! Ah! Krank! Hilfe! Das ist krank! Ah! Ah! Oh nein! Tch 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 tch! Oh! Oh! Das geht um! Oh Gott! Nein! Das hilft! Das hilft du irre! Oh Gott! Der ist sowas von irre! Meine Güte! Oh man! Hey! Ach ja noch was! Hallo Marius again! Wenn du das Video siehst, dann weißt du wie krank der Cheep ist und Zeugewäsche 2 da war nicht so krank! Aber hier ist er einfach nur krank im Kopf! Weil natürlich sucht die G.U.N. nach uns! Und natürlich der kranke G.U.N. Lastfahrer! Der sucht auch nach uns! Wieso? Also echt jetzt so krank wie er mit dem klassischen Sonic war! Ich will gar nicht sehen wie krank der zu den modernen ist! Das kommt jetzt bitte schön! Der ist einfach 30, 40 Meter groß! Hat er überall Knarren an seinen Lastwagen dran gebaut und so weiter! Einer will dir das gar nicht vorstellen! Aber ich wusste nur, dass er krank war! Aber so krank im Kopf? Nee du! Das hätte ich dir echt nicht zugetaucht! Der arbeitet doch mit G.U.N. Der! Ich meine! Hallo! Der muss doch sozial sein! Nicht asozial! Und alles kaputt machen! Oh! Da ist sein kranker Lastfahrer! Und wo sind deine Knarren? Ja! Oh! Nichts krankes? Ah! Ok! Woh! Ketzing! Echt jetzt! Das ist noch kranker! Alter! Du kranker Typ! Lass mich einfach in Frieden! Lass mich einfach in Frieden! Lass mich einfach in Frieden! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Lass mich in Frieden! Du kranker Typ! Eieieiei! Wapp, wapp, wapp! Ah! Alter! Ich hab mich getroffen! Ich wollte alles! Alter! 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 Chill mal! Chill mal dein Leben! Alter! Hilfe! Wo? Alter! Der ist nicht krank! So krank habe ich sie echt nicht mehr. Oh Gott! Hilfe! Alter! Da ist er! Zu krank! Hat der Sicker was geraucht? Wow! Boah! Bin ich froh, dass das vorbei ist! Alter Schwede! Wie krank war das denn? Also gestohlen bin ich auch noch nie worden! Die klingt echt wie eine 50 jährige alte Oma! Und Sonics Zeug, weil ja was nicht passiert! Und wir werden... Ja, wir werden aufgespießt! Au! Aber bloß das Wasser ist da nicht! Au! Au! Sonics Arsch wird aufgespießt! Au! Wirklich? Sonic! Was machst du da? Egal! YOLO! Oh! Du stürmst jetzt dein Problem! Ich mein's! Hä? Ich check das nicht! Fail! Yeah! Und dann alles ist jetzt frei! Das war Super Mario 64! Und natürlich sterbe ich! Fail! Ist auch ein bisschen lustig! Fail! 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 Du fails! Wann kommt? Was kommt denn bitteschön noch? Merk durch diesen Tag auf jeden Fall! Das ist ein besonderer Tag! Nämlich mein Geburtstag! Gott, ich bin wieder gestorben! Fail! Fail! Yeah! Ich liebe Fails! Geh nicht sterben! Ich mag zu dummen Ringe einzusammeln! Ich bin wieder gestorben! Ich bin wieder gestorben! Ich bin wieder gestorben! Ich bin wieder gestorben! Natürlich habe ich auch Schmauel bekommen! Hey! Das ist ein Verarsche! Kommt jetzt aber bitte in das scheiß Drecksziel! Konzentration Hm, Konzentration! Was macht denn die Fete gerade also süß! Ich möchte den ersten Gegner! Näch' son Schlappi! Wie? Ach wie? Nee, ne? Man kriegt auch, wenn man Freestyle-Tricks oder sowas, macht kein Turbo. Das kann nur Cream machen. Das ist ja verarsche. Ei, 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 oster Ei. Oh Gott. Fail. Ja, wo? Alter, what the? Ist ja mal geil. Das hört mich auch an, das sieht sehr gut. Oh Gott, das ist halt die Irre. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, Sonic! Da ist es passiert. Oh Chaos, was hast du denn? Hab ich dich zu doll gehauen? Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Sonic, Weltuntergang. Hey. In der Zukunft. Hey. Sonic 06. Hey. Aber Silver ist, hey. Also, holen wir mal die Klappe ein. Von der Welt, wo ist das, da wäre ich ja echt gut. Aber ich habe den Arsch verbrannt. Ich bin Lava. Ein Feuer, ein Lava. Oh, du. Und das Blöde ist, mein Spiegel ist ja einmal abgestürzt. Wenn das hier hinten rum passiert, dann gibt sie morgen Tote, da wo ich so wohne. Dann gibt sie morgen Tote. Oh. Cooler Vogel. Feuer, Vogel, auf. Ja. Ja, weil seine Plattform kommt, hätte ich ihn echt früher sagen können. Mit Shadow zu kämpfen war einfach nicht geil, weil er nicht mehr Kopfschmerzen und sowas konnte. Und ich bin tot, oder? Nee? Nein. Äh. Ein Feuerflamm-Tornado, der alles in sich verschlägt? Cool. Nicht cool. Oh, ich glaube, ich sollte warten. Weil das sieht irgendwie so aus, als ob das ein One-Hit-It. Oh, was habe ich gesagt? Oh, weg ist er. Hey. Hey, das Ziel ist weg. Yay. Was war das denn? Bis dann und ciao, Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Mann, wieso? Okay, das war witzig. Okay, ich habe bis jetzt bis zu, bis zu, äh, ich habe ja schon, aber, ich habe, äh, ja, wieso, ich habe wieder gestorben eigentlich. Also sowas war ungefähr, ich lebe drauf. Ich bin nun sterb, ich bin Sonic bei Hedgehog. Das wird ja immer besser gehen. Natürlich bin Sonic runtergefallen. Ja, ich weiß, was ich hier lange muss, habe ich aus dem letzten Part gelernt. So ist die natürlich. Ich habe ihn in der Assi-Kanone vorbeigejumpt. Nein, 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 nein. Ich bin in der Assi-Kanone vorbeigejumpt. Okay. Also bei der Fall gerade, wir könnten von nur tausend Leuten im Saal versehen in der Assi-Kanone machen. Geil, der Rebans. Oh, oh, Räge Nummer 1, hey! Nein, nein, Sonic! Oh, alter, alter, alter! Stirbt mir hier ja nicht, ich brauche den noch. Für meine Let's Plays. Ganz ruhig. Jetzt! Was, ich wurde zerquetscht! Mit dieser Kreatur war ich überfordert. Du willst nur nicht zugeben, dass Sonic besser ist als du. Ich finde, dass hier so eine Fliege vorbeigeflogen ist. Die haben total Angst gemacht. Ich habe mich total erschreckt. Ich wollte eigentlich schreien, aber... Oh, das ist eine Fliege. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy crap! Den wird vor heute besser verfolgt. Hilfe! Oh, oh fuck. Oh fuck. Holy shit! Alter Schwede! Au. Oh nein, 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 nein! Und kaputt ist es! Oh, tot. Mann, ich weiß, was bin denn? Ich bin nicht mehr durch. Mann, wo ist Feuer? Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Trost. Oh nein, nein, nein. Welche sind Samarbeiten? Meine Gebeben sind nicht gearbeitet. Nein, nein. Feri. Für mich, Emer Divis Meredith. Sicher? Ich weiß nicht. Das heißt, dass ich so hatte, wir in der Luft umgegangen ist, ich weiß nicht. Dein, der ist kein Problem. Was ist treasured ist? Also, die Fliege warum... Das bin ich weiter. Ah, Mann! Genau da reingeflogen, das gibt's doch wohl nicht! Das? Egal, den werden wahrscheinlich gleich benötigt. Oh, verdammt! Mist! Alter! 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 Chill! Chill! Leute! Jetzt durch! Was zum Teufel! Verdammte! A-Ax! Und? Ich hab den Doppel gemacht! Ey, wollt ihr mich hier verarschen? Das gibt's doch wohl nicht! Ich glaub, dass ich ihn sogar schon gleich hab! Was? Oh, are you kidding me? Willst du? Nicht? Arschensilber? Ich hab's im Ernst! Heckmann spritzig, was er sagen wird! Ich meine, er ist doch unbegriffig! Ich meine, guckt mir euch an! Guckt euch an, wie dick er ist! Guckt euch an, was der für eine Eierbilder hat! Ich meine, komm schon! Ich guck doch mal genau ins Gesicht und sagt, dass das cool ist! Das könnte ich glaub ich nicht! So! Sonic! Boah, Junge! Meine laute Stäpe ist auch noch! Du warst doch weiter! Alter! Egal, dass sogar die G.O.N. Lass warten! Und uns zu besiegen! Sieg ein Verfolgungsschuss auf! Pass auf, Sonic! Jetzt hast du mal gelitten! Du scheiße G.O.N. Lass warten! Jetzt hast du mal gelitten! Fünf Ringe! Oh Gott, das wird so spannend! Vier Ringe! Drei Ringe! Zwei Ringe! Ein Ring! Du Arschlack! Du Arschlack! Nein! Boah! Ich habe die Hälfte abgeschnitten! Autsch! Geht's gut? Ne? Ist nur okay!